Hallo auf YouTube! Unser Spielstand wurde gelöscht, wir müssen von vorne anfangen. Gucki, gucki. Das ist damit eine YouTube-Aufnahme für alle, die jetzt im... LOL, die Welt ist echt riesig. Für alle, die was jetzt hier im Stream sind. Die ist so groß wie vorher. Nein, ist sie nicht. Oh, da unten geht's noch weiter. Ja. Ja. Wo legst du dich hin? Ein NPC heißt Uppsala. Uppsala? Ja, Uppsala ist ein Land. Habe ich gelernt für Stadt, Land, Fluss. Und wo? Keine Ahnung. Also da unten rechts, da ist so viel Erd. Bei Ruhen? Nein, ganz rechts unten, wo es kalt ist. Ja, da ist Ruhen. Wo ist Ruhen? Ein bisschen über dem, wo es kalt ist. Achso. Da, da, da. Wo willst du denn hin? Eja, hast du die Patchnots angeguckt? Ne, warum? Es gibt neue Sachen zum Futtern und zum Saufen. Wir haben jetzt eine Wodka-Destillierung. Oha. Wodka. Hast du auf Aufnahme gedrückt? Ja. Bist du sicher? Ja. Ich habe auch nur hingeguckt wieder. Das ist... Wo legen wir uns hin? Vielleicht in die Mitte? Also ich hätte... Du siehst das bei mir im Stream, ja, ne? Ja. Da. Das wäre meine Location. Also da unten? Ja. Ja. Ich wollte mich da drüber... Ich wollte mich drüber setzen. Ja. So, jetzt da noch was Schönes aussuchen. Äh, wenn ich du wäre, ich würde mich da eigentlich beinahe in die Mitte setzen. Ja, ich bin ja dabei. Ich muss nur gucken, was vielleicht irgendwie für den Anfang noch praktisch wäre. Was ich beim letzten Mal auch kurz vorm Ende checkt habe, desto mehr Schulen und diesen Blödsinn du hast, desto schneller kriegst du Forschungspunkte. Weiß ich. Deswegen habe ich ganz viele Bibliotheken gehabt. Ja, aber es bringt nicht, wenn du mehr auf einem Fleck hast. Doch. Es gibt Bonus. Nee. Das bringt null. Nö. Also ich hatte dann mehr Punkte. Nee, ich nicht. Bei mir stand da null. Das... Das ist... Das ist komisch. Haben die Kontinente da auch Namen? Nee, tatsächlich nicht. Das ist einfach nur Land. Okay, ich glaube, ich setze mich hier hin. Eine Forest-Province. Du hast halt so viel Gold. Hm. Confirm. Unlock Bridges. Also muss ich meine Town Hall da hinknallen. Warte, ich habe noch nichts... Also mein Stream hast du wahrscheinlich noch nicht davon, nehm ich mal an. Äh, hinter zwei Fenstern doch. Was sagst du, wenn ich mich da hinpflanze? Musst halt ein paar Sekunden warten. Warte, 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 warte... Das ist rechts über mir, ne? Nein, nein, das ist ein Kontinent drüber. Ja, rechts über mir. Ja, so meinst du das? Ja. Ja, ja, ja. Ja, doch, ja, kannst du dich hinpflanzen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann ich auch da unten sagen, weil Gold wäre schon sicher chillig. Das ist immer so... Ja, man kann halt nicht alles haben. Du musst dich halt wirklich immer vergrößern, wenn du wirklich alles haben willst. Hm. Ich mach mich da hin. Fruchtbarkeit 76, Fruchtbarkeit 1 und 8. Wie viel Fruchtbarkeit hast denn du? Keine Ahnung. Ich meine das Spiel. Da habe ich auch keine Ahnung. Wo sehe ich das denn? Ähm, die Fertility. Wenn du plantest. Ach so, da habe ich nicht aufgepasst. Äh, doch, 87%. 41%, 100%. Mäh. Mäh. Ach, ich muss auf dich warten. Ja, weil ich mich nicht entscheiden kann. Aber ich stelle mich jetzt einfach daher. Hast du schon eine total enthusiastische Unmod gemacht? Ja, vorhin gerade. Ich habe gesagt, hallo YouTube. Und nicht nur eine 76%, aber das ist ja egal. Meine Anmoderationen sind immer toll. Ich weiß nicht, was Kid man da hat. Ich finde meine Anmoderationen immer toll. Ja, die sind voll Töfte. Ja. Ja. Er ist einfach nur Kacke. Au. Nicht du. Ich weiß, aber einfach au. Er hört ja nicht. So. Tudum. 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 Yes, guide me. Ich habe jetzt schon zwei verschiedene Seeds. Lol. Ist doch gut. Na ja, Cabbage Seed habe ich sie auch. Vergieß nicht unsere Schwammer. Hab ich. Das erste, was ich geholt habe, ein Ding war Maschwurmform. aber ich habe so wie ich habe schon wieder so richtig bock ich glaube der oro sagt hallo ich wollte nicht schreien aber es regnet schon direkt das ist ja krasser shit hier hey wenn es in stardew valley wäre ich happy wie viel geld habe ich denn 523 ist nicht so gut wie dass du so wie ach so weil dann ich habe schon dann gekauft alles schreit auch hallo ich kann es lesen kann man am anfang noch nicht priorisieren gibt es das spiel auch auf deutsch ne noch nicht aber ich habe so die was heißt die befürchtung ich glaube es wird noch auf deutsch übersetzt garantiert ja es ist wie gesagt noch early access und eine ein mann sache also der typ macht das wirklich komplett alleine habe ich den grund verpasst wieso deine kamera gespiegelt ist dass das jedem auffällt das ist noch von cyberpunk so naja bis jetzt ist eigentlich nur mir und alles aufgefallen oder so die steine können mir ich habe jetzt schon vollen storage bei mir kommt es dann auch gleich und er ist deutsch voll siehst du da haben wir es schon vergießt nicht zum upgraden sonst haben wir das gleiche problem über mir das eine war stresst mich doch hier nicht stress tschüss jetzt habe ich einen größeren storage dann kann ich hier jetzt ich baue da eine straße eine straße eine straße dazwischen ich weiß dass meine leute rumlässt sind jetzt lass mich doch mal kurz in frieden hier alles planen nein tu es nicht mein land wow aber ich bin der böse so häuschen häuschen kann ich jetzt da eigentlich da drüben ja perfekt so dann kommt hier nochmal eine straße hin so ich kenne das jetzt aber mir fällt das auf wie die ist gespiegelt ja die war vorher anders ha no shit Sherlock ne ähm damit ich besser vom mikrofon her und vom sitzen in cyberpunk reinpasse habe ich die gespiegelt deswegen so klug ja was haben wir denn hier dinge ja ist doch gut ich weiß dass ich achso ich brauche immer noch mehr häuser das ist aber schlecht ja fünf ah diese gierigen diese gierigen säge ja ja drei ikurumenschi ach ihr kennt das doch so also ich habe kein stein problem hier ne ich habe ja auch sehr viel stein muss ich sagen wo ist gold ach da oben okay da komme ich nochmal hin das ist die frage soll ich jetzt schon anfangen mit stein abbauen also ich baue schon die ganze zeit steine ab nein ich meine steinmine achso das weiß ich nicht ich boah einfach mal schon da 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 t governors act Ich weiß. Achso, ich habe neue Karten. Und dann, you people are happy. Gee, meine Leute sind glücklich. Yay. Na, von selten. Ach, schön bauen sie die Häuser hier, das ist ja toll. Jo. Rat mal, was mir fehlt. Steine? Nö. Schlimmer. Holz? Richtig. Bei mir nicht. Spielt ihr eigentlich ineinander oder einfach nur parallel? Parallel. So ein richtiges Gegeinander gibt es noch nicht so richtig. Nie. Also, man kann sich irgendwie conqueren, aber das ist komisch. Die Musik ist so schön, ja, die Musik ist so toll, die ist so schön ruhig. Also, bei mir geht es gerade ab. Oh, es stinkt. Das ist nicht wahr. Ich bräuchte ein Hunting-Ding. Ich habe irgendwie dieses Gefühl, mein Chat spinnt, weil mein Bots schreiben nicht. Dann spinnt aber dein Bot und nicht dein Chat. Normalerweise sollten die was schreiben. Das heißt, Maximum bist du im Moment, sich in die Quere zu kommen? Ja. Da, Hunting Lodge, Dankeschön. Genau das brauchte ich. Äh, Rotate. Passt perfekt dahin auf, wie ich das liebe. Ach so. Nico, vielen Dank für dein Resub in siebten Monaten. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So funktioniert das nicht. Aber nice try. Zack. Kann ich auch. Wow. Aber dieser Werner hat so einen großen Radius und hallo Nico, wie geht's dir? Hallo. Die Hunting Lodge. Ach, das Spiel habe ich vermisst. Das Spiel ist halt einfach echt awesome. Ja. Einfach billiger als Anno. Das stimmt. So, ich baue hier noch eine Dirt Road runter. Markiere sie. Weil... Dann kann ich hier nämlich Farmen reinbauen. Das ist ja voll toko. Mhm. Ach so, Area is too large. Und warum kann ich... Ach, da war da... Wie, Area is too large? Bei meinen Farmen. Ich kann meine Farmen hier nicht hinbauen, weil meine Fertility zu scheiße ist. Nicht nur. Ich glaube, du kannst nur maximal achtmal nicht failbar machen. Nein, da lag's nicht. Oh. Ich hab nichts gesagt. Ach so, wegen dem Roten. Ja, ja, ja. Stimmt, da war ja was. Sorry. Ich halte meinen Mund ein. Ja, bitte. Au. Nice PC Crash. Ries up und PC weg. Sorry Nico. Wie geht es ihnen? So. Dann hoppala. 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 Was haben sie gemacht? Ich hab Straßen falsch gesetzt. Ich bin nicht so der Typ für solche Spiele, zum Beispiel nicht selbst spielen. Aber Zuschauen ist gerade echt beruhigend. Wo hat sich denn Oro niedergelassen? Oro ist, äh, da. Der ist rechts über mir. Jo. So. I'm here, eher hier. So. Storage fuller verarscht mich doch nicht. Mir geht's auch super. Also auf jeden Fall viel besser. Viel besser. Und das Spiel macht's süchtig, by the way. Ich schätze, mit der Chi geht's auch gut. Oder bist du noch... Okay, du bist müde, hast du ja gesagt. Ja. Ich bin, ich bin kaputt. Dann hab ich nichts gesagt. So. Das passt da nicht rein, ne? Nein. Ne. Completed! Dann kommt hier Weed und hier Cabbage. Ich hab halt jetzt schon kein Holz mehr. Zack. Zack. So. Oh, ich hab einen Obdachlosen hier. Hallo, Nico! Nico, Nico, nee! Ich kann halt nirgends hier gut anbohren. Ich hab maximal gelbes Feld hier. Erst da drüben hab ich ein grünes. Oh, Mann. Da. Was ist mit? Oh, oh. Ich hab fast kein Geld mehr. Ich bin auch ziemlich platter. Das ist aber jetzt tragisch. Geh da im Griff. Wann bist du homeless? Warum? Wir können doch nicht jetzt schon wieder homeless sein? Hört auf zu poppen und euch zu vermehren. Ja, das kannst du noch nicht einstellen. Das ist ja schrecklich. Wie ist das? 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 A caravan has arrived. Yay! Trefft sich gut. Ich hab nämlich wieder viel zu viele Schwammer. Ich würd die nicht verkaufen. Ich würd die nicht verkaufen. Nein, wirklich. Ich würd die nicht verkaufen. Lass mich doch. So. Da noch ein Haus hin. Jetzt kann ich ... Der Winter ist hart. Trees. Trees weg. Nein. Weil es ja die Zeit vorbei ist. Jetzt hier nur noch ein paar Tage. Ja. Bei uns stehen grad wieder die Präsenzprüfungen auf der Kippe. Es wär jetzt mal schön zu wissen, wie ich meine Prüfungen schreibe. Das wär Toggo. So. Steine auch weg. Storage full verhascht ihr mich? Wie kann das denn sein? Ich soll vielleicht auch mal einen machen. Danke, dass du es gerade gesagt hast. Das gibt's ja gar nicht. Die scheiß Schwammerl. Ist ja unglaublich. Ja. Dann machen wir halt hier nochmal Storages hin. Diese Statistik, die bringt halt nix. Need more storage space. Ach gäh, echt? Da. Managed storage. Hier kommen. Mushrooms. Ich pack die ganzen Mushrooms mal von da weg. Und da? Da drüben hin. Da auch keine Mushrooms. Okay. Ah, jetzt schreibt der Nightbot. Geht doch. Habe ich hier jetzt die Mushrooms ausgemacht? Hier noch nicht. Okay. Das sind die Startdinger. Mushrooms weg. Mushrooms weg. Da auch. Da auch. Oh, meine Gewerra. Wie viele Schwammern hast du denn schon? 270. Das ist sehr gut.